Als wie ein anderer Ghetto nach einem Goal im Penalt schiessen hat Julian Schmutzel rübergeworfen. Wollte das so? Ich gebe die Frage weiter, haben Sie das so? Nein, das wollte ich nicht. Ich glaube im Moment läuft es einfach und trotzdem hätte der fast im dritten Drittel den Match aus den Händen gegeben. Wie haben Sie das gesehen? Das darf nicht passieren. Ich meine, wir sind 3-0 vorne und dann im letzten Drittel kommen wir zu Hause drei Goal über so. Das darf nicht passieren, nein. Jetzt am Schluss bleibt die Siegerserie bestehen. Bespricht das auch für das Selbstvertrauen der Mannschaft? Ja, immerhin haben wir noch gewinnen, aber eben, wie gesagt, das darf nicht passieren. Ich meine, Davos ist eine super Mannschaft, gute Mannschaft, die haben Druck gemacht, aber wir dürfen das nie zulassen, nein. Danke vielmals.